ja die ist rausgelaufen die soll eigentlich nicht um die zeit raus ich bin halt gerne mal zwischendurch jesse und sie aber deswegen bieten ja sollen wir weiter metten oder was willst du machen ich muss erst mal gesagt zumindest den nächsten snack leermachen und dann gucken wir mal wie viel uhr es ist und dann eine ahnung könnte man noch zu mario kart um schwenken und danach keine ahnung dann ist sowieso glaube ich irgendwann auch die konzentration hin und dann damit noch mal mit gegessen und dann glaube ich einfach liegen und sich nehmen wieder ip fahren auch was da nicht wo ich gerade sagen ich habe das andere nicht das gibt es noch seltener als alles andere soll jeder dann was für sich selbst nehmen oder so einfach einer ip immer sonst habe ich ja auch immer gemacht oder du dann immer dass einer ip und andere dann gelb ja dann lass mich doch ip nehmen und du nimmst geld würde ich sagen weil ich mache das ja sonst immer so dies war nicht einfach rausgehen damit das auch wieder aufgeht und nicht einer eine runde alleine weiterspielen ja 22 mis muscheln habe ich hier sie ist nicht in notfalls auch als stiften ja schon gut und wenn du mitmachen er ist anscheinend schon im kampf aber ich mache meine gruppe auf ja mal erst mal eine runde machen kann es ja dazu kommt mal im blau flossen also eigentlich habe ich auch keine von dem apps muss ich sagen aber eine halbe stunde schaffen und glaube ich dann ist wieder mehr rotation jeder hat jetzt kommt mir gleich einmal rüber kommt auch mal im resort und die gewinnen wir dann auch noch und dann spielen wir noch auf den appen wir müssten eigentlich wenn wir auch den bayerischen das ist doch nicht wieder deren ernst was bei dieser disney pro konferenz gibt es tags trailer und werbedinger die haltung nicht der öffentlichkeit bezeichnet ach so ich dachte weil das stand bist am kampf ja eben okay sorry dass du das gleich aus weil wir haben extra noch gut die zeigen halt dort ein trailer und die kommen dann halt auch die öffentlichkeit aber es gibt halt aber leider ein schweiler die zeigen die nur für investoren und für so ein paar ausgewählte besondere leute ist ja nur das darf nicht gefilmt werden das darf nicht nicht geladen werden und was weiß ich und zum beispiel da jetzt von dieser neuen star wars serie die im dezember kommt haben wir jetzt erst den richtigen faller gesehen weil jemand das hochgeladen hat dann direkt eine anklage kriegt und ein attentäter und auch genau das ist die sache ich mir jetzt an das ist nicht dass ich sehr schnell nur zeit und ja und jetzt haben die von schweiler dort gezeigt zu den neuen star wars mit dem teaser weil wir haben dann erst vor zwei wochen angefangen zu drehen aber trotzdem ja das ist ja ein film zu dieser und ich bin da schon weil ich bin halt auch selbst wenn die sachen alle sind hat und hat trotzdem noch mal mehr inhalte das universum ich lese davon alles alles aber eins was sie jetzt schon wieder höchstwahrscheinlich total teils du musst dir jetzt erst mal über die charaktere und deren geschlecht das kann man gar nichts denken was du das macht nicht ach so dass man das machen muss ja ja das ist aber ganz wichtig ist dass das geklärt wird selbst wenn alles geklärt ist es wäre eine scheiße weil die erfinder und die ideen haben doch eher das scheiß machen dass da einfach machen dass da einfach rein solche sachen und da kommen leute an und die dann direkt dann anfangen ja warum muss das denn so drin sein warum muss die den weiblich sein zu gehen einfach die geschichte und ja die sind halt ein bisschen offen aber den neuen flieger das früher halt nicht so war deswegen sind zum beispiel auch 50 prozent frauen die leute auf straße also ich nicht ignorieren das habe ich habe mich einfach das ist da was gibt und was der leute für politische sachen drin sind nicht damit auch sagt er liegt jetzt ausgleich keine politik jungen hast du jemals die kürze gekauft das ist nur für dich und der 21 mal peter hallo und immer geld für das ja ich wir haben ja jetzt hier die die snacks eingefroden deswegen vor dem nächsten mal gerne da aber danke für das angebot noch zwei gequält aber das hat nichts gebracht die runde lief mich auch nicht so ganz wie weiß ich jetzt einmal raus aber ja ja 0,1 was ich anfangen wollte genauso wie ich damals das allererste mal das in anführungszeichen die sohn hatte mit frischem mut und stern denn er war es ganz ruhig aber noch angefangen zu in meinem silberschenken so einmal raus einmal raus sonst kommt der chaos doch nicht rein ja ich dachte es geht trotzdem da kann doch die nacht so raum ist auch nein ist doch nicht nein ist doch nicht aha 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 seit jahren ist der plan die krambe da vorne ist das fenster auf mich da ist das doch so richtig ja ich habe das fortwärtige als titel das wäre gibt es das doch ein paar ein paar das war ja genau hier ist ja ich bin froh dass es fast keiner kennt das müssen wir jetzt komplett verbreiten an jedem der gerade sehr gut dann nehme ich die videos mal offline zu spät hat schon gedauert und überall woanders verbreitet im kollege der hatte auch jetzt gemacht also der hat schon irgendwann gesagt ich glaube die schichtigen und habe ich ganz ganz schnell alle runter weil noch nicht wieder irgendwie so viel ich jetzt nicht alles kaputt erstellt das ist ja genau wir können natürlich mit seiner klicks irgendwie hat man das gefühl ist ja was war das bitteschön ich habe auch wegen geschossen und jederzeit getroffen bitteschön vielleicht ja schon so hin und her und zappelt dahin und her dass ihnen angeblich gesproken hätte das gibt eine anzeige das ist hallo ist ja auch in einer hallo hallo keine kinder zum einen eine woche noch einer und der ist immer einmal ja wohl war sehr schön genau die meine ja bist du ist ja ja dann schon mal jeden bist du hier bist du aber auch ein bisschen die wand zu schießen ja wohl immerhin meinten jedes mal kennt er mich weiß ich warum ist die waffe so stark werden und granate noch geschossen ist trotzdem nicht gereicht ja 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 ein bisschen schlecht wer sie wenn ihr jetzt muss dann bin ich dahin und das handy kaputt nur und die trainer zu der der serie jetzt ich gucke sie nicht machen und versuchen jetzt empfehlung leckt mich des elektric ich mag eh keine trailer aber geht ums prinzip nach jesse lehl meinst du schlappst du da drunter es geht um euer lehl einfach der gegnerischen bogus in der pumper in hammer als ich was soll die scheiße als bei 27 28 schwarzen ich sehe eine viertelsekunde am rand und sterbe ja deswegen ich mag die normale version das wird uns zwei total gerne aber hier als ich benutze ich glaube er meinte die also schuldig ist die schlappe tage weil die gegner hat ja kein schlapp hatte ich bin ich auch okay also ich habe ich spiele mal ein bisschen damit ich dass ich zwei schnell irgendwo hinwerfen und die dritte mit so einer verzögerung nach oben wenn das so ein ganz langen bogen fliegt ja dass man nicht verhindern kann und dann ja für sich witzig dass die gegnern überdenkt hat das dritte ja gar nicht geworfen mit dem ventilator wenn man ja auch der lustige flipp zwischen ernie und bergern oberst du dir die ernie schellen wird die lade bestellen den ventilator ab dem ventilator abstellen will ich habe nicht umgewegen den ventilator abzustellen wer hat das irgendwie der beste früher fand ich immer gar nicht oder bei der total bekippte witzig wortsprecher die war von früher so bekippt wird man aber nicht schlanke oma ich habe ein aber bin leider auch rot gezuckert worden wie viel was sind sie das sind sie nach mann um die da nach hinten zu kriegen da kommt ich auch noch die oberen und schießt ich glaube doch den heiter aber den schiefen ja noch mehr leute zu mir ich habe mich noch mal in der hau ab die ich glaube er war es wieder nein klar wieder ich habe die anderen kicker auf mich ja und schon wieder durch einen schuss gefühlt jetzt macht einen spaß das macht was man muss drauf gehen und wenn ich mehr weiter voran ist soll ich habe mich abgelehnt bis zum ende noch dagegen aber allerhöchstens zwei prozent mehr eingeführt somit spielen sehr oft gegen reis welcher meint als ob das nur die asiaten sind aber irgendwie sehe ich keine asiatischen namen deswegen die aufzeichnungen vom eigenen stream naja hier steht in zeitlupe perfekt machen und das passiert gar nichts was da passiert aber eine andere sache wo ich nur eingemacht habe und du dann für so ein fettzeug angefangen hast du es auch so das spielt das sind zwar von jahren zwei andere anscheinend der zeit nach der schon länger das sagt ja wie ich sag mal statistik aber ich bin trotzdem ja das hat man auch in genauer spaß gemacht und nicht so die ganze scheiße es ist mal ich mag das ja auch abzeichen zu sammeln und so aber das ist so kann ich nicht irgendwie fühle ich mich die ganze zeit gezwungen das spiel zu spielen ja es ist vielleicht nicht so ganz richtig formuliert aber ich weiß was du meinst nein ich meine komo respekt so dass man alles hat ich verpasst du hast ja ich stehe an dieser treppe ja kann sein dass ich geschossen hat aber ich stand schon hinter einer karte durch diese karte durch geschossen ja bei mir ist nur einer durch die tritt tritt wie tritt wie tritt wie tritt wie tritt ist da ist das hier schießt bei den ferne jetzt die ferne und das der tür oder tritt 86 bei neid war der ist der abgehoben ist dabei das stimmt auch gar nicht du bist bei mir gerade gestorben hier ist nicht reingeraten und ich habe ihn mit meinem rücken im kino jetzt die bitte ist endlich gestorben danke das gefühl wir können irgendwie schon mit einem strudel drinnen aber ja ja genau da wird immer noch gehen haben die anderen ja und dennoch anwappen hier ja du scheiße an deiner oma ist auch alt geworden ja der eine mit der nautilus die schwarze mitte sehr schön hätte die standpartakte gehabt da macht er das vorne da an der kante bei uns die base anfängt ja ich habe einen von diesen eine von diesen fäusten kaputt gemacht bin im hinterhergejagd und habe ihn dann noch gemettet ja das schreibt uns auch nicht schön unter die ohren wo ein weil ich dick bin ich bin ich bin ja gleich hier schon ich glaube ich hieß das ach so ich wollte natürlich waffen nehmen an sich wirklich ja genau ich habe liebsten damit mal wieder sehen mit schneller schwimmen und rückkehr vielleicht weil damit da muss man einfach mit rechnen das das war dann kopfteil nur auszuwählen oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020